UNTERTITELUNG 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 Ein beeindruckendes Portfolio. Eine exzellente Arbeit. Sie haben schon viel Kunst transportiert. Das ist unser Job. Daniel Stratton, was ich Ihnen hier anvertraue, ist die Seele von China. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Eine Vase im Wert von 36 Millionen Dollar soll nach London gebracht werden. Ja! Wir fahren nach London! Mikrocheck! Mac 1. Danny 2. JJ 3. Ding Dong, wie sieht's aus? Es kann losgehen! Mac! Mr. Stratton? Wissen Sie, wenn ich wirklich etwas will, dann kriege ich es auch. Danny. Es läuft eben nicht immer so, wie du es gern hättest. Das ist unsere Chance, unseren Ruf wieder herzustellen. Was sagt ihr? Bin dabei. Na schön. Ich auch. Ich bin raus, bin raus, bin raus. Wie in alten Zeiten. Mac, keiner stirbt und du wagst keine Körperteile ab. Dann war er noch am Leben? Fast. Und wie tricksen wir die Wachleute aus? Clever. Aber er wird niemals damit leben können. Das ist schade. Das ist nicht Dinge akzeptieren. Nein. Das ist Dinge in Ordnung bringen. Was ist passiert? Nichts. Hm? Wir wurden angegriffen. ganz einfach. Ich bin nichtta. Weitserspiel. Ich bin nicht mehr was. Das ist für mich. Wir haben jetzt ein Ruf. Wir sind eine Ruf. Wir werden sie verschwindet. Die Ruf.